Es gibt einen ganzen Schippel von Sachverhaltsdarstellungen mittlerweile an mehrere Staatsanwaltschaften, nicht nur in Österreich. Es gibt in Österreich mittlerweile eine Soko, die eingerichtet wurde, um Vorwürfen nachzugehen. Da waren sie schnell übrigens, soweit es jetzt die österreichische Strafverfolgung betrifft. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ein Verfahren schon formell eröffnet wurde, ob das alles noch geprüft wird, aber es gibt zumindest Verdachtsmomente, die ins Strafrecht hineinreichen. Der erste Punkt, der zweite Punkt ist das Zivilrecht, weil es eben doch Geschädigte gibt, zuhauf, die jetzt Fragen stellen und das auch vor Gericht wohl betreiben werden. Das heißt, wir haben hier ein strafrechtliches Thema, wir haben ein zivilrechtliches Thema und das würde mich nicht überraschen, wenn Ronny Benko die nächsten Jahre seines Lebens, einige Jahre, vielen Gerichtshälen verbringen wird. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politik Interessierte. Mein Name ist Stefan Lassnig und mein heutiger Gast ist Michael Nikbasch, renommierter Investigativjournalist und Host des Podcasts Die Dunkelkammer. Mit ihm spreche ich über den tiefen Fall von René Benko und dabei besonders über einen bestimmten Aspekt, nämlich die Intransparenz im Geschäftsgebaren des Tiroler Immobilienunternehmers, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Karriere von René Benko zog und immer noch zieht. Lieber Nik, herzlichen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Zu unserem Kennenlernen, es war der Jänner 2023, als uns der Andi Kaltenbrunner, ein gemeinsamer Bekannter von uns, im Café Eiles vorgestellt hat und wir haben damals beide meiner Erinnern auch relativ gleich reagiert, nämlich, ah ja, mit dem wollte ich schon lange mal reden. Ja, ganz genau. Also ich kannte dich vom Namen her. Ich hatte kein Gesicht dazu. Ich wusste, dass du der Podcast-Pionier bist und du kamst immer wieder mal vor in meinen Überlegungen, ob er in meiner Zukunft was anderes machen möchte, dann muss ich doch den lassen gerne anrufen. Aber wie gesagt, ich hatte kein Gesicht dazu, deswegen, ich stand vor einem völlig Unbekannten damals. Ja, und aus diesem völlig Unbekannten, wo wir an dieser Stelle ja auch offenlegen, ist eine Geschäftspartnerschaft geworden. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen, haben unter anderem gemeinsam deinen äußerst erfolgreichen Podcast, die Dunkelkammer, gegründet. Übrigens an der Stelle große, große Hörempfehlung. Hört's rein, falls ihr das noch nicht kennst, die Dunkelkammer vom Michael Nickpasch. Ja, macht riesigen Spaß und heute sind wir in vertauschten Rollen. Heute stelle ich die Fragen und du musst was antworten. Du hast mich fast ein Jahr warten lassen, bis du mich mal in deinen Podcast einlädst. Ich bin schon viel länger ein Fan von deinem als du von meinem. Das ist total witzig, weil ich habe nämlich nachgeschaut, du warst tatsächlich noch nie zu aus, weil ganz offen gesagt, was eher Wahnsinn ist. Und deswegen ist es auch Zeit, dass wir heute diese Folge aufnehmen. Damit nur zur zweiten Transparenzpassage, ob du für Parteien oder Parteien und Vorfeldorganisationen tätig bist oder warst. Nein, nie. Hätte mich jetzt auch gewundert, würde es euch mit deiner Rolle als Investigativjournalist wahrscheinlich auch sehr schwer vertragen. Du bist ja sehr renommiert in deinem Metier als Investigativjournalist und du beschäftigst dich ja oft mit undurchsichtigen Konstruktionen. Und unser heutiges Thema ist René Benko. Und warum habe ich dich dazu eingeladen? Naja, weil so eine undurchsichtige Konstruktion lag, beziehungsweise liegt im Falle von René Benko und seiner Signor ja zweifellos vor. Kannst du dich erinnern, wie lange du dich schon als Journalist mit dem Thema Benko, beziehungsweise mit der Person René Benko beschäftigst? Das ging über viele, viele Jahre punktuell. Benko war jetzt nie ein Objekt oder Subjekt laufender Berichterstattung. Ich habe immer wieder mal hingeschaut und ich habe ihn auch in Vorbereitung des heutigen Gesprächs, habe ich einen Profilartikel aus dem Jahr 2013 oder über zehn Jahre her gefunden, wo ich, soweit ich mich erinnern kann, erstmals die Frage stellte, wo hat er eigentlich sein Geld her? Also wer finanziert die Signor-Gruppe und Benko eigentlich? Die Frage habe ich damals weitergereicht an ihn und es kam an Antwort nichts zurück. Ich hatte dann wenig später ein Gespräch dort, da war er nicht dabei, Vertreter seiner Unternehmensgruppe, die so mal einen ersten groben Einblick in die Finanzierungsstruktur der Signor-Gruppe gegeben haben. Das waren Unterlagen, das waren mehr PowerPoint-Präsentationen, da stand einiges drin, aber nichts davon war zu überprüfen und vor allem nichts davon war mitzunehmen. Ich durfte nicht mal ein Foto machen. Ich habe gesagt, kann ich diese Unterlagen wenigstens fotografieren, weil ihr zeigt mir das jetzt und dann nehmt ihr es wieder mit. Das war nicht vorgesehen. Also sie blieben selbst im Bestreben, transparenter zu werden, intransparent. Und das ist ein gleichzeitig Stichwort für die heutige Folge. Wir wollen uns in dieser extrem vielschichtigen Benko-Geschichte auf einen Aspekt konzentrieren, der eben auch sehr gut zu deiner beruflichen Tätigkeit passt, nämlich zum Thema Transparenz, beziehungsweise in dem Fall muss man fast mehr sagen Intransparenz und du hast ja erstes Beispiel schon genannt. Viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen sich ja sicher auch, wie konnte das alles passieren, wie wird man quasi über Nacht vom Milliardär zum beinahe mittellosen Mann, der vor Gericht angehen muss, dass er von seiner Mutter jetzt finanziell abhängig ist. Und es gibt ja viele Erklärungen dazu und es gibt auch viele Ansätze dazu, diese Entwicklung zu beleuchten. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass das Thema Intransparenz immer wieder vorkommt und auch wie sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte durchzieht. Und das ist ja auch dein Daily Business, Licht in dunkle Konstruktionen zu bringen, eben auch unter anderem da im Podcast die Dunkelkammer. Und vielleicht fangen wir diesen Block Intransparenz einmal an mit dem Thema Unternehmenszahlen. Du hast es jetzt schon angedeutet, da waren wir ja recht sparsam damit. Das ist ja so weit gegangen, dass man teilweise auch Jahresabschlüsse zu spät eingereicht hat und die entsprechenden Strafen, wie jetzt haben wir gehört, aber aus der Botokasse bezahlt hat, die ja wirklich nicht hoch sind. War das jetzt nur ein Indiz dafür, dass da was nicht stimmt? Hat das tiefere Gründe? Wie hast du das erlebt mit diesen Unternehmenszahlen? Wenn eine Kapitalgesellschaft die Regeln dahingehend, sage ich mal, dehnt, dass ihre Jahresabschlüsse entweder gar nicht oder mit großer Verzögerung einreicht, dann ist das schon ein Indiz. Die Frage ist immer nur, welches Indiz? Ich glaube, mich zu erinnern, dass auch die REWE-Gruppe in Österreich, ich weiß nicht, wie sie es heute machen, die haben jahrelang nie etwas hinterlegt. Da geht man davon aus, dass die REWE das jetzt nicht macht, weil sie die eigene Katastrophe verstecken will, sondern einfach nicht wollte, dass der Mitbewerb da in die Zahlen hineinschaut. Das war wohl bei René Benko anfangs sicher auch ein stärkeres Sentiment, dass jetzt irgendwas wirklich zu vertuschen oder eine allfällige, also konkret eine Schieflage, die es ja wohl nicht gab. Also diese Firmengruppe war ja über lange Zeit gut im Geld. Denen hat man das Geld förmlich nachgetragen. Also es ist ein Indiz dafür, dass man hier etwas nicht herzeigen möchte. Da hat sich natürlich immer wieder ein sportlicher Ehrgeiz entwickelt. Es wurde auch immer wieder nachgefragt, was ist da jetzt? Und dann kam nichts. Das Problem ist, dass in diesem Bereich der Transparenz, du hast es ja schon angeschnitten, die Verwaltungsstrafen, die damit einhergehen für das Nicht-Hinterlegen von Jahresabschlüssen, das kann man tatsächlich, wenn man Signa heißt oder auch REWE, aus der Portokasse bezahlen. Das hat in Wahrheit keinerlei Konsequenzen. Es wird zwar immer teurer, soweit ich das verstanden habe, aber es bleibt immer noch in einem Bereich, wo es nicht wirklich, wo niemandem wirklich wehtut. Und das heißt, die Abwägung zwischen Verwaltungsstrafe zahlen und mehr Transparenz, wo dann meine Mitbewerber vielleicht das sehen, ist in dem Fall oft zugunsten dann der Verwaltungsstrafe gefallen. Nur was wirst du machen? Also du kannst, wenn sie es nicht herzeigen, wenn sie es nicht hinterlegen wollen, dann tun sie es einfach nicht. Das wird kritisiert, das ist auch kritisiert worden und dabei blieb es dann. Vielleicht kommen wir zu einem weiteren Intransparenzbereich, den ich extrem spannend finde. In meiner Folge mit dem Leonard Dobusch ist das vom Leonard auch angesprochen worden. Bitte auch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge nachhören. Ich verlinke das dann in den Shownotes. Er hat nämlich erzählt, dass vor allem in der letzten Phase der Signa-Gruppe viele Versprechungen getroffen wurden an Investoren und zwar so, dass das die jeweils anderen Investoren nicht gewusst haben. Ganz konkret hat der Leonard Dobusch von einer Put-Option erzählt, also vereinfacht gesagt, der Bankrat-Investoren offenbar gesagt, das ist praktisch ein risikofreies Investment, weil sollte man diese Anteile wieder einmal verkaufen wollen, kann man das der Mutterfirma anbieten und die kauft es dann zurück. Was wiederum die Investoren der Mutterfirma nicht gewusst haben, dass es diese Put-Option gibt, also dass es diese Verpflichtung gibt, diese Anteile zu kaufen. Und das hat ja so lange funktioniert, als alle Firmen liquide waren. Und wenn das einmal nicht mehr so ist, dann bricht das natürlich wie ein Kautenhaus zusammen und das sorgt auch für einige Irritationen bei den Investoren. Aber das ist ja fast nur die viel gefährlichere Intransparenz, als wenn man jetzt Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht. Ja, tatsächlich, das war wohl ein struktureller Zugang zu Intransparenz. Das heißt, man hat nicht nur nach außen gegenüber Leuten wie uns zum Beispiel, wo sind die Jahresabschlüsse, Intransparenz an den Tag gelegt, sondern eben auch nach innen gegenüber den eigenen Gläubigern und Investoren. Da hat offenbar jeder immer nur so einen Ausschnitt zu sehen bekommen, nämlich den Ausschnitt, der einen oder eine direkt betroffen hat. Vor einiger Zeit doch ist der frühere Porsche-Vorstandschef Wendelin Wiedeking ausgestiegen. Der hat dann erstaunlicherweise wahrnehmbar erst viel später öffentlich gesagt, dass ihm rund um seinen Ausstieg schon einiges komisch vorgekommen war, eben weil es da Intransparenz gegeben hat, weil da Zahlenwerke, soweit die da Zugang hatten intern, nicht ganz mit dem in Einklang zu bringen waren, was da immer wieder mal behauptet wurde. Also Unbehagen scheint es intern auch gegeben zu haben. Ich gehe jetzt aber zu weit zu sagen, dass diese Gruppe eine ganze Reihe von Leuten sehr lange sehr gut mit Geld versorgt hat und das hat dazu geführt, dass man dann möglicherweise nicht so genau hinschaut. Nicht genau hinschauen heißt ja auch, es gab keine konsolidierte Bilanz. Vielleicht muss man da einen Schritt davor anfangen, da würde mich deine Meinung dazu sehr interessieren. Prinzipiell spricht dir zum Beispiel nichts dagegen, dass in einer großen Immobilienfirma viele einzelne Projekte, einzelne Firmen gegründet werden, oder? Gerade im Immobiliengeschäft ist das eigentlich gang und gäbe. Du hast ein Immobilienprojekt, also im Einhaus, rund um dieses Haus entsteht eine Firmenkonstruktion, die Geld aufstellt, die dann das Bauprojekt realisiert und damit abgerechnet. Und wenn es schief geht, geht diese Firma in Konkurs und dann bleibt quasi das Risiko, das Infektionsrisiko für die gesamte Gruppe gering. Das war da aber lange nicht mehr der Fall, weil die alle untereinander so eng verflochten waren, diese Gesellschaften. Und zwar nicht nur gesellschaftsrechtlich, sondern auch im Wege von wechselseitigen Finanzierungen. Da hat sich jeder Geld schuld untereinander. Auch wenn sie formell gar nichts miteinander zu tun haben. Teilweise teilten diese Firmen ja Manager und Namen, aber darüber hinaus schienen sie selbstständig zu sein. Tatsächlich war das ein Riesenamalgam von Hunderten an die Tausend möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es wirklich jemand jetzt endgültig durchgerechnet hat, alle, die da dazugehören. Also kaum zu entwirren. Es gab immer wieder Versuche, auch von meiner Seite das in einem Organigramm zusammenzufassen. Es geht halt kaum. Also jedenfalls nicht sinnerfassend, weil es so komplex ist. Dass es da keine konsolidierte Bilanz gab, also ein Zahlenwerk, das eine gesamte Gruppe abbildet, lag schlicht daran, dass es eigentlich keine Gruppe war. Also wenn man sich die großen und jetzt insolventen Firmen anschaut, also Signa Holding, Signa Prime, Signa Development, Signa Sports, die standen mehr oder weniger alle nebeneinander, waren teilweise schon aneinander beteiligt, aber nie in einem Ausmaß, dass man sagen hätte können, da gibt es jetzt ein Konzerndach. Da gibt es jetzt quasi die Holding und die kontrolliert den Rest. Dann müsstest du eigentlich konsolidieren. So war das aber mehr so schwesterlich aufgebaut. Die standen mehr oder weniger nebeneinander. Das heißt, es hätte wahrscheinlich mehrere Konsolidierungskreise gegeben, wo man ansetzen kann. Es war wohl der Struktur dieser Gruppe geschuldet, dass ein klares Bild nicht herzustellen war. Und das war wohl gewollt. Interessant finde ich bei dem Aspekt, wenn du sagst, die waren nebeneinander. Normalerweise macht man ja drüber ein Holding, um diese Lenkungsfunktion sicherzustellen. Also das ist ja normalerweise der Sinn von einem Holding, dass in einem Holding gibt es einen Vorstand oder von mir aus einen Eigentümer, der das dann kontrolliert, alles was darunter passiert. René Benko hat die Sachen, wie du gesagt hast, nebeneinander teilweise hingestellt, hat sich aber trotzdem kontrolliert. Das ist eigentlich das Spannende an der Konstruktion. Ja, absolut. Also es gab ja diese Holding, die auch so hieß, die Siegner Holding GmbH, die ja wohl auch Anteile hielt an Konzerngesellschaften, aber nirgends so stark war, dass man sagen hätte können, das ist jetzt das faktische Konzerndach. Das faktische Konzerndach war René Benko. Zusammen mit einer Gruppe von anderen. Er war natürlich nicht alleine. Da gab es so einen kleinen Kreis von Leuten, soweit ich überblicke, alles Männer. Die Steuerberaterin war die einzige Frau meines Wissens. Ja, stimmt. Also die Führungsebenen waren durchsetzt mit den immer gleichen Leuten. Es war eine kleine Gruppe von Vertrauten. Die haben in Wahrheit diese Konzernfunktion ausgeübt. Also man muss mehr Richtung Personen hindenken und weg von der gesellschaftlichen Struktur. Das ist aber insofern ein interessanter Aspekt, weil das natürlich sehr stark diese Intransparenz ermöglicht. Weil wenn dieser Personenkreis, und das war in meiner Wahrnehmung, so extrem dicht hält und auch nichts nach außen tragt und im Gegenteil, dazu kann man noch eher dafür sorgen, dass nicht einmal darüber berichtet wird, das ermöglicht natürlich besser Intransparenz als eine normale Kapitalgesellschaft, die ja gewisse Verpflichtungen hat. Und überhaupt schon, also ich weiß das selber, ich habe selber mal Konzernabschlüsse machen müssen, das ist wahnsinnig viel Arbeit und da geht es genau darum, was du davor gesagt hast, um diese Verflechtungen untereinander. Wer schuldet wem Geld? Wo gibt es das beliebte, wo hast du da interne Leistungsverrechnung, ILV? Also wer verrechnet wem intern, irgendwelche Dinge? Und wir haben das nie gemacht, aber ich habe damals gemerkt, da kann man wahnsinnig kreativ sein in der internen Leistungsverrechnung. Ja, das war man da wohl auch, auch was natürlich, und das ist bei Immobiliengesellschaften aber generell ein Thema, man hat ja auch große Flexibilität, was die Bewertungen des Vermögens betrifft. Das war ja ein ganz zentraler Punkt, ist, wie viel ist denn eine Immobilie eigentlich wert? Diese Frage habe ich Jahre vor der Signale schon bei der Immofinanz gehabt. Die Signale war nicht das erste Immobilienunternehmen in der jüngeren Geschichte, das seinen Bestand laufend und teils deutlich aufgewertet hat. Das ist eine Üsance in der Branche, zumindest gewesen. Und dann hast du das interessante Setting, dass du quasi von außen mit dem Zahlmaterial, zu dem du Zugang hast, das war bei der Immofinanz besser, die war börsennotiert, da war zumindest was da, mit dem man arbeiten konnte, dann stehst du argumentativ gegen eine Gruppe von Sachverständigen, die dort die Immobilienwerte Jahr für Jahr oder bei der Immofinanz zwischendurch auch mal Quartal für Quartal neu bewerten. Wie soll ich schlauer sein als Immobilien-Sachverständige? Und das war dann immer die Botschaft. Wir wissen schon, was wir machen. Wir wissen schon, warum wir das aufwerten. Der Markt lässt das absolut zu und wir haben immer noch Reserven. Dem kannst du tatsächlich argumentativ insofern wenig entgegensetzen, als dass der wahre Wert einer Sache ja erst dann klar ist, wenn jemand bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Der Rest ist Fiktion. Was an der Stelle ja spannend ist, nämlich an der Unterscheidung zwischen Intransparenz oder an der Krippe zwischen Intransparenz, Rechtmäßigkeit und Unrechtmäßigkeit, diese Aufwertungen in die Bilanzen reinzuschreiben, ist eben nach internationalen Rechnungswesen-Standards, den IFRS-Standards zulässig und legitim. Nach österreichischem Recht wäre es zum Beispiel nicht zulässig, da wären das stille Reserven, die man in der Bilanz nicht sieht, aber trotzdem hat, also vereinfacht gesagt, wenn man ein Haus hat und das mit 500.000 in die Bilanz aufnimmt und das ist in mehreren Jahren dann in Wahrheit schon ein Million wert. In Österreich würden immer nur die 500.000, beziehungsweise sogar weniger drinnen stehen, weil es wird ja abgeschrieben über die Jahre. Wer aber dann in Wahrheit, also nehmen wir an, das steht mit 300.000 in der Bilanz und ist ein Million wert, dann werden 7.000 stille Reserve in der Bilanz enthalten. Nach IFRS-Standards, die die Signer angewendet hat, darf man die Million in die Bilanz reinschreiben und auf dieser Basis dann wieder zum Beispiel neue Kredite aufnehmen. Ganz genau und dann hast du ein bisschen die Gefahr, dass es dann so ein pyramidales Geldbeschaffungssystem wird. Nur du wettest deinen eigenen Immobilienbestand immer aufzeigst und auch her. Es ist ja nicht so, dass die Signer überhaupt nichts veröffentlicht hätte. Es gab ja unter den Konzerngesellschaften doch einige, die regelmäßig reported haben, also die Signer Sports zum Beispiel, eine, sobald ich weiß, niederländische Firma gewesen, im Grunde nach in den USA Börsen notiert. Da gab es ein regelmäßiges Reporting. Das hat natürlich wieder nur einen sehr kleinen Ausschnitt sichtbar gemacht. Signer Prime, Signer Development haben durchaus Jahresabschlüsse veröffentlicht, mit Abstand allerdings. Also soweit ich mich erinnere, hat es immer ein bisschen gedauert, bis du da Zugang bekommen hast. Das heißt, das Zahlenmaterial, das dann da war, war schon wieder alt, als es veröffentlicht wurde. Die haben ein immer größeres Rad gedreht auf Grundlage dieser Bewertungen. Und erstaunlicherweise ist es aber reingegangen. Also es gab ja wohl Wirtschaftsprüfer und Sachverständigen, mobilen Sachverständige, die gesagt haben, ja, ist zulässig, können wir machen. Interessant finde ich das, was du da vorgesagt hast, mit der persönlichen Ebene jetzt eher weg von dieser technischen Konzernebene. Was da meiner Meinung nach eine Rolle spielt, ist, also man hat jetzt nach außen in der Transparenz der Zahlen oder Konsolidierung und so war man eher sparsam. Wo man nicht sparsam war, ist in anderen Dingen, die nach außen hin gezeigt wurden. Reichtum, Luxus, teure Jagden, Privatschett, Villa, Yacht. Ich lese ja immer wieder von teuren Weinen. Also da hat man ja schon nach außen hin ganz eindeutige Signale gesetzt. Da waren wir jetzt nicht intransparent im Sinne von, da sind wir sehr dezent. War das Teil davon, auch die Investorinnen und Investoren zu beeindrucken? Also es war auf jeden Fall Ausdruck eines bestimmten Mindsets, der Benko und Umgebung geprägt hat. Also wer je Gelegenheit hatte, sich den Firmensitz anzuschauen, in Wien, in der Wiener Innenstadt, auf der Freihung, in einem Palais, das war, wenn man da reinkam, schon mehr so Sissi-Style. Also ich habe schon Unternehmenszentralen besucht, die im Auftreten deutlich bescheidener ausgerichtet waren. Dass Benko sich gern gut gehen hat lassen und alle Insignien des Reichtums und der Macht um sich herum geschart und versammelt hat. Und zwar sowohl dinglich als auch auf einer, wie soll ich sagen, auf einer menschlicheren Ebene. Er hat sich ja mit mächtigen Leuten auch umgeben. Das heißt, er hat im Außenauftritt, war da einfach viel Posing. Stichwort Beirat zum Beispiel. Stichwort Beirat. Ich halte ihn sogar für ganz essentiell, den Beirat als Symbol dieses Selbstverständnisses. Dieser Beirat hatte, wir reden vom Beirat das Signa Holding. Das war ein Gremium, dessen tatsächliche Funktionalität bis heute ein Rätsel ist. Denn es war kein Aufsichtsgremium, zumindest nicht im engeren Sinne. Also in Abgrenzung zu einem klassischen Aufsichtsrat, der tatsächlich auch eine gesetzliche Aufsichtsfunktion hat, hatte dieser Beirat wohl tatsächlich mehr Visitenkartencharakter. Also soll heißen, er konnte, René Benko, beziehungsweise die Signa konnte mit diesem Beirat zeigen, schaut her, wir haben da intelligente, wichtige Menschen versammelt, nicht nur aus Österreich. Und wenn das kein Zeichen ist, dass das eine solide Nummer ist, ja, was denn dann? Und wenn du es mal geschafft hast, prominente Leute in so einem Beirat zu versammeln, dann schafft das ganz automatisch Vertrauen bei anderen Investoren oder Financiers ganz generell. Also Roland Berger war zum Beispiel ein deutscher Unternehmensberater, war Teil dieses Beirats. Wenn du Roland Berger in einem Gremium hast, auch wenn das Gremium selbst tatsächlich gar keine echte Funktion hat, dann hast du ja die alte Deutschland AG bei dir sitzen. Ist das ein Qualitätsausweis, ja oder nein? Das heißt, all das diente einem Zweck. Und dieser Zweck lautete einfach, einfach Seriosität zu dokumentieren. Wenn du international mit Investoren verhandelst, er hat ja eine Zeit lang besonders intensiv Richtung Vereinigte Arabische Emirate verhandelt. Und du kannst große Namen aufbieten, Privatjet, ja achten, das macht schon Eindruck bei manchen Leuten, also bei uns weniger. Eindruck macht es auf mich schon. Ich bin auch nie in die Verlegenheit gekommen, zu investieren, weil ich das Geld nicht habe. Aber Eindruck macht es auf jeden Fall. Mir hat es immer schon, also ich habe es immer too much gefunden, weil die erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kennengelernt habe, die haben eigentlich meistens durch ein Understatement brilliert. Aber ja, ich meine, das war ja, solange das Geld da ist, kann man ja ruhig damit angeben. Problematisch wird es ja dann, wenn es irgendwann einmal nicht mehr da ist, wie wir es jetzt sehen. Ich würde jetzt gerne zum anderen Aspekt kommen, der Transparenz, nämlich den Umgang der Signa und der Signa-Gruppe und auch von René Benko persönlich mit den Medien. Da würde mich vor allem deine persönlichen Erfahrungen interessieren. Ich will nur aus der Ferne mitkriegen, dass es immer sehr, sehr gefährlich war, Geschichten über den Benko und seine Firmen zu machen, beziehungsweise immer extrem aufpassen hat müssen und dass teilweise in den Recherchephasen schon Klagsdrohungen beziehungsweise Rechtsanwaltsschreiben gekommen sind. Hast du da auch persönliche Erlebnisse gehabt? Ja, ja, durchaus. Also vielleicht muss man Folgendes vorausschicken. Wenn man sich heute hinstellt und sagt, wir haben es eh immer schon alle gewusst, das musste ja kollabieren, das war ja gar nicht aufrechtzuerhalten. Wieso habt ihr es nicht früher geschrieben, wenn ihr schon so dramatische Zweifel hattet? Ich bin in einem Alter, wo ich den Niedergang einer deutschen Privatbank erlebt habe. Das war in den 1990er Jahren. Die hat das Magazin Fokus damals, ich habe jetzt ehrlicherweise vergessen, wie sie hieß, es ist eh egal. Das war eine Privatbank in Köln, glaube ich. Da hat das Magazin Fokus sich intensiv mit dem Geschäftsgang dieser Bank beschäftigt und die kamen dann relativ deutlich zu der Einschätzung, dass da was nicht stimmt. Und dann kam ein sehr kritischer Artikel über diese Bank und die musste dann zusperren, nachdem die Kunden dort hingelaufen waren, einen sogenannten Bankrun ausgelöst haben. Wenn eine Bank in so eine Situation kommt, ist sie dann tatsächlich kaputt. Also so, selbst wenn sie vorher gesund war, wenn alle auf einmal ihr Geld haben wollen, fliegt sie in die Luft. Der Bankier, das war eine Privatbank eben, hat dann das Magazin geklagt und hat gesagt, ohne eure Berichterstattung gäbe es mich noch. Und die Zeitung musste dann nachweisen, dass diese Bank auch so pleite gegangen wäre. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Du kannst ja nicht einfach hinstellen und sagen, den legst du jetzt um, diese Firmengruppe zerreißt es. Du hast als Medium ein enormes wirtschaftliches Risiko, wenn dann der Betroffene kommt und sagt, ihr seid schuld. Durch eure Veröffentlichung ist tatsächlich erst das passiert, von dem er behauptet hat, dass es vorher schon da war. Ich habe Jahre später dann tatsächlich auch so eine Erfahrung in Österreich gemacht mit dem Baukonzern Alpine. Da gab es, ich glaube 2012, 2013 herum, habe ich ein internes Dossier zugespielt bekommen, das den Zustand dieser Baugruppe dokumentiert hat. Das war von Wirtschaftsprüfern. Und da stand relativ deutlich drin, dass die tatsächlich vor dem Ende sind. Riesige Liquiditätsprobleme, falsch bewertete Baustellen, unglaubliche Rechtsrisiken. Also eine ganze Latte von Dingen, die nicht in den Jahresabschlüssen zu sehen war. Wir haben das intensiv damals diskutiert, wie wir damit umgehen sollen, weil natürlich das ein Signal aussendet an die Banken, die Geld geborgt haben. Jetzt kann man sagen, die Banken sollten es eigentlich immer ein bisschen besser wissen, aber vor allem auch an die Lieferanten der Gruppe. Das führte dann zu der Situation, dass jeder Lieferant, wenn in der Zeitung steht, diese Firma, der Firma geht es nicht gut, jeder Lieferant nur noch auf Vorkasse besteht, deine üblichen Zahlungsziele, plötzlich alle durcheinandergewirbelt werden. Und das schafft dann wirklich zusätzlichen Druck. Wir haben das dann veröffentlicht. Ein Jahr später war die Alpine bankrott. Und ich habe später in einem tatsächlich bei Gericht vorgelegten Gutachten gelesen, dass eigentlich Profil, wo wir es damals geschrieben haben, Schuld war am Niedergang der Alpine. Den Vorwurf hat mir in den 1990er Jahren auch schon der Bauunternehmen Alexander Makulan gemacht. Das heißt, ich renne jetzt seit Jahren mit dem Vorwurf herum. Ich habe zumindest zwei große Baukonzerne erledigt, was ein starkes Stück ist. Das hat man aber natürlich dann schon im Hinterkopf, wenn man arbeitet. So viel Verantwortungsbewusstsein muss da sein, dass du dich nicht einfach hinstellst und auf Grundlage von Intransparenz, Bewertungsthemen und dergleichen jetzt große Thesen aufstellst. Das gesagt hat natürlich Benko gute Anwälte gehabt, immer, auch im Medienbereich. Und ich erinnere mich an das Theater, das es Jahre gegeben hat. Darf man jetzt erwähnen, dass er eine Vorstrafe, eine mittlerweile getilgt, das ist auch wichtig dazu sagen, also eine strafrechtliche Verurteilung, hat oder nicht. Er hat einiges unternommen, um das zu unterbinden über seine Anwälte in der Vergangenheit. Und da kamen durchaus, wenn schon Fragen dazu kamen, ob er sich noch dazu äußern möchte, zu dieser Verurteilung, zu dieser mittlerweile getilgten Verurteilung. Selbst wenn man diesen Hinweis jetzt unterschlagen würde, würde man rechtlich schon wieder was aufmachen. Also er hat jetzt eine weiße Weste, um das noch einmal zu betonen, es ist, die Vorstrafe ist getilgt und scheint jetzt auch nirgends mehr auf. Ja, aber man darf im Kontext der Berichterstattung zu ihm und auch um sein Geschäftsverständnis zu dokumentieren, darf man das schon erwähnen? Sollte man das auch erwähnen? Nur es war natürlich so, dass du dann, wird das sofort, also eine Klagsdrohung führt das sofort dazu, dass du vor deinem Chefredakteur stehst und das diskutieren musst. Ist es uns das wert, das jetzt zu berichten oder nicht? Und in vielen Fällen war es das nicht. Und du hast es jetzt kurz erwähnt, weil das Insight vielleicht für unsere Hörer und Hörer interessant ist. Man schaut sich dann ja an, du hast jetzt schon angedeutet, welcher Anwalt, welche Anwältin vertritt denjenigen, der diese Drohung ausspricht. Und wenn das gute Leute sind, dann nimmt man es natürlich auch noch einmal ernst. Und wie du gesagt hast, der hat sich natürlich die Besten geleistet. Ja, also der hat ausnahmslos keine Anfänger gehabt in seinen Berater rein. Wobei, also jetzt lassen wir das Medienrecht mal weg. Natürlich muss man jetzt im Lichte der Ereignisse schon fragen, ob die angenommene Güte dieser Berater durchgehend tatsächlich so gut war. Gut, wie du sagst, da abseits vom Medienrecht kann man sich das schon fragen, speziell wenn man jetzt in den Handelsbereich reinschaut. Aber ich glaube, das wäre eine eigene Folge für sich. Du hast das Juristische jetzt angesprochen. Das führt mich nämlich zu unserem dritten Block, was die Intransparenz betrifft. Also wir haben jetzt über die Intransparenz gesprochen in der wirtschaftlichen Darstellung, zum Beispiel eben das Thema Konsolidierung oder auch das Thema Offenlegung von wechselseitigen Verbindlichkeiten. Wir haben jetzt gesprochen über die Transparenz im Umgang mit Medien und Kommunikation. Ah ja, da wollte ich noch ergänzen. Du hast jetzt diese Publizität angesprochen, die manchmal Dinge in Sollen bringt. In Wahrheit war ja auch beim René Benko und bei der SIGNA eine publizistische Aktivität, in dem Fall gar nicht so sehr von Medien, sondern der EZB, diese Prüfung der Kreditwürdigkeit, die europaweite Banken betroffen hat, glaube ich, ein Mietauslöser. So am Ende, in den letzten Zügen der SIGNA. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Anstoß, der das Ganze ins Banken gebracht hat, weil wie du sagst, die Banken hätten das eigentlich wissen müssen, eigentlich. Aber wenn dann die EZB auch noch dazu öffentlich, oder das wird öffentlich, dass die EZB sich das näher anschaut, ich glaube, das war auch so ein Publizitätsfaktor. Also oft ist am Ende von solchen Entwicklungen irgendetwas, was publik wird, der letzte Anstoß, wo man sagt, oh jetzt geht es aber wirklich bergab, wobei es ja nie immer längere Vorgeschichte hat. Aber siehst du das auch, so war das auch diese Aktivität der EZB, die dann publik geworden ist, das hat das Ganze am Schluss schon nochmal beschleunigt. Auf jeden Fall. Also wirtschaftlich war die Gruppe ja schon in keinem so guten Zustand mehr, zu dem Zeitpunkt, dass die EZB sich angefangen hat, das anzuschauen, warum. Wir hatten 2020 Pandemie und die Pandemie hat nicht nur Einfluss auf das Handelsgeschäft von René Benko gehabt, also der Signer-Gruppe. Im Rückblick war der Weg ins Handelsgeschäft wahrscheinlich der große Sündenfall, weil er das Kerngeschäft Immobilien verlassen hat. Aber selbst im Kerngeschäft Immobilien hat die Pandemie zu Verwerfungen geführt und da reden wir noch gar nicht vom Krieg in der Ukraine, da reden wir noch gar nicht von der Inflation, sondern da reden wir von der Veränderung des Büromarkts, Stichwort Homeoffice. Also da ist einfach etwas in Bewegung geraten, dass man dort entweder nicht antizipiert, entweder nicht sehen wollte oder sehen konnte. Der Gewerbeimmobilienbereich war dort natürlich sehr, sehr stark und man hat einfach, wenn man sich jetzt die Veröffentlichung, die mittlerweile Zugänge sind, aus der Zeit nachliest, wirkt das was trotzig, dass die immer noch davon überzeugt waren, dass alles wird wieder gut. Und dann kam eben diese EZB-Prüfung, die in einem Punkt für mich bis heute sehr ungewöhnlich wirkt. Ich kann mich jetzt ehrlicherweise nicht erinnern, dass die Europäische Zentralbank sich jemals einzelne Unternehmensgruppen angesehen hat und da ein allfälliges systemisches Risiko für den Finanzsektor abgeleitet hat. Wie die EZB überhaupt auf die Idee gekommen ist, sich ausgerechnet jetzt die Signa Exposures der Banken in Europa anzuschauen, das ist etwas, an dem ich noch arbeite. Ob es da nicht auch politische, die EZB ist ja natürlich völlig unpolitisch, wie wir wissen, also jenseits jeder politischen Einflussnahme in die EZB. Wie fast alles. Ja, natürlich. Deswegen machen wir ja einen politischen Podcast, weil es ist ja eigentlich alles total unpolitisch. Ja, säße jetzt jemand von der EZB hier, dann würde dieser oder sie deutlich auf die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank gebrochen. Die Institution mag unabhängig sein, ob alle, die da drin sitzen und die EZB vertreten, dass sie auch sind, was einmal dahingestellt. Es bleibt ein bisschen ein Rätsel, warum. Und ich hoffe, dass wir da ein Verständnis entwickeln werden, weil das ist der Punkt an der Geschichte, der mir ein bisschen sehr merkwürdig erscheint. Und woher kam dieses Interesse der EZB? Ausgerechnet an der Siegner. Die haben ja jetzt nicht den gesamten Immobiliensektor Europas untersucht, sondern schon ein bestimmtes Konstrukt. Ja, vielleicht hören wir die Antwort auf diese Frage ja dann in einer Folge von der Dunkelkammer. Wäre wirklich interessant, wie du sagst, die EZB sind normalerweise bekannt, auf der Metaebene Dinge sich anzuschauen, auf der Metaebene zu kommunizieren. Das war tatsächlich eine ausnahmesee Auffällige. Ich habe gehört im Profil-Podcast über den René Benkert, dass im Konkursantrag oder in einem der Konkursanträge, es sind ja mehrere, auch diese EZB-Geschichte als wesentlicher Faktor drinnen steht. Und das kann man durchaus so sehen. Und insofern wäre es schon interessant, wie das entstanden ist. Vielleicht kommen wir jetzt zum letzten und dritten Themenblock, was die Intransparenz betrifft. Wir haben jetzt gesprochen über die Unternehmenszahlen, wir haben gesprochen über die Transparenz betreffend Medien und über politistische Transparenz. Und mir fällt nur auf, die Transparenz betreffend der tatsächlichen Machtausübung. Also wir haben schon angesprochen, seit 2013 war der René Benkert offiziell in keinem Gremium mehr vertreten. Er war zwar Beiratsvorsitzender, aber wie du richtig gesagt hast, das hat Beirat auch gehandenschaftlich überhaupt keine Rolle gespielt, weil es rein von den gesetzlichen Vertretungsblöcken ja gar nicht gegeben hat. Das heißt, man hat auch in dieser faktischen Geschäftsführung, die ein großes Thema sein wird in der juristischen Aufarbeitung, meiner Einschätzung nach, war man nicht transparent. Du hast heute schon mal angedeutet, das Dach war kein Holdingdach, sondern das Dach war René Benkert. Also man hat auch in Bezug auf die faktische Machtausübung, war man nicht transparent, in meiner Einschätzung nach. Ja, also was wir nach außen hin wahrgenommen haben, war ja, dass seit über zehn Jahren Benko keine Organfunktion mehr hatte. Jetzt geht man normalerweise davon aus, dass wenn dem nicht so ist, dann liegt die faktische Entscheidungsgewalt bei den eingetragenen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Und er war ja trotzdem noch da. Also er ist ja als Impresario, als Immobilien-Impresario und Gastgeber rauschender Feste mit politischer und deutlicher medialer Beteiligung. Auch ich war nie. Jetzt wollte ich dich gerade fragen und habe mir aber nie getraut, weil was hätten wir jetzt gemacht, wenn du gesagt hättest, du warst auch tot. Ich wollte jetzt fragen, ob du beim Törgerlein warst. Ich war nicht ein einziges Mal in meinem Leben beim Törgerlein. Warst du eingeladen? Nein, ich war nie eingeladen. Und dann wollten wir die nicht tot haben. Ja, war eh Christian Reiner tot. Entschuldigung, das habe ich jetzt sagen müssen. Ja gut, das gehört aber zu den Repräsentativpflichten von einem Chefredakteur dazu, sagen wir es ja so. Ist das so? Es ist interessant, dass du da sagst, warum müssen Chefredakteure und Chefredakteure mit den mächtigen Party machen? Ja, gute Frage. Da sollten wir mal eigentlich eine Folge drüber aufnehmen. Also es gab diese rauschenden Benko-Feste und bei denen ist er ausnahmslos nicht mehr als Gastgeber aufgetreten. Das war lange bevor Hans-Peter Hattelstein in der Tipp 2 gesagt hat, dass er der faktische Geschäftsführer oder Entscheidungsträger war. Das heißt, er war zwar im Firmenbuch, also in dem Firmenbuch, in dem die Bilanzen nicht hinterlegt waren, war er auch nicht als Geschäftsführer erkennbar, aber in der praktischen Umsetzung offenbar eben sehr wohl. Und das, glaube ich, ist auch ein, abgesehen jetzt von der Intransparenz, ein zentrales Problem dieser Firmengruppe war dann irgendwann, dass die Strukturen, die da gewählt wurden, einfach mit der Größe der Unternehmensgruppe nicht mehr zusammenpassten. Ich gehe jetzt soweit zu sagen, dass Benko dieses Konstrukt mit der gleichen Herangehensweise gemanagt und geführt hat, wie er Anfang seiner Karriere, Anfang der Nuller-Rai Dachböden ausgebaut hat. Also da waren es ein paar Leute, die das gemacht haben. Dann haben sie angefangen, Immobilien zu entwickeln. Da waren sie noch weit davon entfernt, dass sie tatsächlich Immobilien zu kaufen, zu betreiben oder Handelsaktivitäten oder Medienaktivitäten. Aber der Kreis der Personen, der das dann gemacht hat, war nicht adäquat gewählt offenbar. Da haben die Strukturen einfach nicht gepasst. Am Ende ist alles bei ihm zusammengelaufen. Und so talentiert er beim Ausbauen von Dachböden war und so fähiger zu sein scheint, Immobilien zu rechnen. Ich habe immer wieder gehört, Benko kann, geht in ein Haus hinein, macht einmal die Augen zu und weiß genau, was in diesem Haus an Potenzial drinsteckt. Das kann er. Aber das reicht ja offenbar noch nicht, um einen Immobilienkonzern, so heterogen das jetzt war, Konzern nicht im konsolidierten Sinne, zu führen. Da brauchst du halt Leute rund um dich, die das Tagesgeschäft auch abnehmen. Und am Ende dürfte aber tatsächlich viel bei ihm zusammengelaufen sein. Und das führt dann irgendwann automatisch zu einer Überforderung. In deinem Podcast hast du einmal gesagt, dass du deiner Wahrnehmung nach speziell am Schluss sehr stark ins Micromanagement verfallen ist. Und dass du das auch schon bei anderen so gesehen hast. Tatsächlich. Ich habe Zugang zu ein paar Mails gehabt oder habe Zugang zu ein paar Mails und Dokumentensigner intern dann später bekommen. Ich wünschte, ich hätte das schon vor ein paar Jahren gehabt, aus denen hervorging, dass er sich viel Zeit genommen hat, zum Beispiel die Buchungslage der Yacht Roma zu diskutieren. Also dann denkt man sich, ein Mann, der Milliarden bewegt, überlegt sich jetzt, wann die Yacht wo liegt, ob man da noch in den Slot den oder jenen Kunden einbauen kann, wann er selber diese Yacht dann benutzt, während im Tagesgeschäft die Anweisungen nur sehr knapp und kurz sind. Und ich habe tatsächlich Analogien zu Wirecard gefunden. Auch da haben wir umfangreiche Mails ausgewertet. Und da hat sich auch gezeigt, dass im Tagesgeschäft, und da jetzt insbesondere Markus Braun, der CEO von Wirecard, sehr knappe, kurze Anweisungen hatte, aber viel Zeit in, wie soll ich sagen, eigentlich private Sachen investiert hat, wie den Ankauf von Kunstwerken, kleine Rechnungen innerhalb von Wirecard, Opernballbesuche. Bei Marsalek war es mehr das Oktoberfest und bei Braun war es mehr der Opernball in Wien. Und da sieht man einfach auch an der Art, wie Mails geschrieben werden und wie umfangreich diese Mails dann sind, dass sich da etwas verschoben hat. Die große Linie spielt keine große Rolle mehr, die Details sind plötzlich wichtig. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn wir jetzt uns die ganzen drei Punkte nochmal vergegenwärtigen, Transparenz, Unternehmenszahlen, Transparenz, Medien und Publizität und Transparenz, die tatsächliche Machtausübung betreffend, wir zwar können ja und wollen das auch nicht, den Gerichten vorgreifen, die jetzt dann umfangreich tätig werden, sowohl zivilrechtlich als auch unter Umständen irgendwann strafrechtlich. Aber du kennst ja viele Fälle, ähnliche Fälle. Du hast in vielen solchen Dingen bereits recherchiert, ein paar davon hast du heute schon erwähnt. Also gehen wir mal davon aus, der Unternehmer René Benkau hat ja sicher nicht alles falsch gemacht. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ich höre auch immer wieder, dass er, du hast es ja heute auch schon gesagt, Immobilienprojekte gut entwickelt hat. Wenn ich mir das Goldeneck-Quartier her, das dürfte wirklich für sich genommen eine Erfolgsgeschichte sein. Also er hat sicher vieles richtig gemacht, aber auch einiges falsch. Und deswegen meine Frage an die und deine, bitte um die Einschätzung, es kann nur eine Einschätzung sein, wir wissen es ja beide nicht. Glaubst du, dass er überhaupt eine Chance hat, irgendwann wieder ein Comeback als normaler Unternehmer zu feiern? Nein, weil er ja gar kein normaler Unternehmer war. Es war ja vom ganzen Anspruch her schon sehr speziell. Der wollte ja nicht einfach nur Immobilien entwickeln, sondern der wollte auf globaler Ebene mitspielen. Siehe seine Expansion nach Großbritannien, siehe den Ankauf in den USA. Also da war der unternehmerische Anspruch schon jenseits von normal. Wäre er normal geblieben, hätte er heute eine mittelständische, erfolgreiche, wahrscheinlich immer noch erfolgreiche Immobiliengruppe. Aber abgesehen davon, es gibt einen ganzen Schippel von Sachverhaltsdarstellungen mittlerweile an mehrere Staatsanwaltschaften, nicht nur in Österreich. Es gibt in Österreich mittlerweile eine Soko, die eingerichtet wurde, um Vorwürfen nachzugehen. Da waren sie schnell übrigens, soweit es jetzt die österreichische Strafverfolgung betrifft. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ein Verfahren schon formell eröffnet wurde, ob das alles noch geprüft wird. Aber es gibt zumindest Verdachtsmomente, die ins Strafrecht hineinreichen. Der erste Punkt, der zweite Punkt ist das Zivilrecht. Weil es eben doch Geschädigte gibt, zuhauf, die jetzt Fragen stellen und das auch vor Gericht wohl betreiben werden. Das heißt, wir haben hier ein strafrechtliches Thema, wir haben ein zivilrechtliches Thema und das würde mich nicht überraschen, wenn Roni Benko die nächsten Jahre seines Lebens, einige Jahre, viel im Gerichtshilm verbringen wird. Ja, ich finde mit dem Resümee können wir den Podcast jetzt diese Folge beenden, weil wir wissen beide nicht, was rauskommt. Aber du hast viel Erfahrung in dem Bereich und deswegen nehme ich das sehr ernst, deine Einschätzung, die du da äußerst. Ich denke, das ist ein guter Abschluss von dieser Folge und ich sage an der Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und fürs Kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Endlich hat es geklappt und ich sage es jetzt dazu, obwohl ich es nicht dazu sagen muss, aber es ja beständig gilt für Roni Benko und alle anderen Beteiligten in diesem Verfahren bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung. Ja, dem kann ich mir natürlich auch noch anschließen. Danke, Henrik. Danke dir. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Show Notes. Zum Abschluss möchte ich euch, wie immer, noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast NDA, die Akte Kascha Lenhardt. In diesem Podcast des Magazins Spiegel wird der Fall von Kascha Lenhardt aufgerollt, die mit nur 25 Jahren in Berlin starb. Sie wurde bekannt durch die Fernsehsendung German is the Next Topmodel und ihre Beziehung zu Fußballweltmeister Jerome Boateng. Dieser Podcast arbeitet ihre Geschichte auf. Es geht um Glitzer, um Glamour, aber auch um toxische Beziehungsstrukturen und die Macht der Medien. Ich danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Wir teilen. Missing Link